Willkommen zurück zum WLDC 9. Mal schauen, wie gruselig es in dieser Gruselwelt noch zu Ende geht. Zwei Level sind noch übrig. Ein passendes Geisterhaus und ein Schloss, was aber bestimmt auch gruselig ist. Warehouse von GST Bass. 67. Platz. Oh. Hatte die Chance verpasst, das Ghost House in ein Warehouse umzuändern. Obwohl, nein, das dürfte man nicht. Dafür bräuchte man externe Programme. Aha. Ach, das ist... Warte. Das ist alles Hintergrund. Das sieht total aus wie Vordergrund. Von den Farben her. Aha. Wollte gerade sagen, es ist sehr einfach hier durchzulaufen. Funktioniert. Bin ich jetzt im Hintergrund quasi, bin ich durch diese Röhre da rausgekommen? Das wäre doch mal cool gewesen, aber es sieht nicht so aus, weil da ein Loch drin ist. Ja, dass die Illusion entsteht, dass man sich quasi auf zwei Ebenen vorne und hinten bewegt. Wie ein Donkey Kong Country. Zum Teil. Hm, die ist gut versteckt da oben. Wie komme ich denn an die ran? Vielleicht brauche ich dafür einen respawnenden Eerie. Nicht dich, aber der da unten wäre nicht schlecht. Ich sehe auch gar keine andere Möglichkeit, wenn ich ehrlich bin. Äh, okidoki. Jetzt darf er gerne verschwinden. So. Dafür kommt der andere wieder. Das ist ja eigentlich mein Job. Wahrscheinlich einfach nur durchgehen. Wie immer. Eeries. Secret Block? Kein Secret Block. Hä? Oh. Kein Block, mit dem man sich die Zeit vertreibt. Oh, das war ein Fehler. Ich habe nicht realisiert, dass das hier kein Boden ist. Sondern der Fragezeichenblock der einzige, worauf ich springen kann. Supi. Da war noch eine zweite Röhre. Die gucke ich mir jetzt als erstes mal an. Ui. Was wohl hiermit auf sich hat? Kann man da klettern? Nein. Hm. Dann muss man vielleicht beide Röhren schaffen und dann wird dieser Weg hier frei. Ist auf jeden Fall interessant. Interessant aufgebaut. Ich wünschte nur, der Hintergrund hätte keine Vordergrundfarben. Das irritiert mich nämlich extrem. Jetzt habe ich nicht gesehen, ob man da stehen kann. Kann man. Äh. Kupio? Oder nicht Kupio? Wie auch immer. Wenn er mir nicht zur Hilfe eilen will. Hier ist wenigstens ein bisschen was los. So gegnertechnisch. Hm. Nope, please. Hm. Ziemliche Zwickmühle. Dang it. Wie ich einfach keine Shelljumps mit Großmario machen kann, ne? Tja. Hilft mir das jetzt irgendwas, dass ich die eingesammelt habe? Wahrscheinlich wäre es besser. Ich gucke mir das Level erst mal an. Sonst sammle ich die noch 50 mal ein. Äh. Okay. Das funktioniert. Ah. Das kann ich denn da mit veranstalten. Manchmal muss man es ja gar nicht mitnehmen. Hallöchen. Hahaha. Hilfe. Ich werde verfolgt. Nein. Nein. Wo kommt der denn jetzt einfach so her? Aus dem Bildschirmrand, ey. Äh. Ich weiß halt echt nicht. Es hat im ersten Moment mehr so wie ein Rätsel gewirkt, aber es ist wohl einfach nur ein hartes Level. So auf den zweiten... Ah. Scheit. So auf den zweiten Blick. Einfach nur ein hartes Level. Oh Gott. Der dreht um. Was gut ist, aber ich habe nicht damit gerechnet. Und... Auf geht's. Mhm. Ja, siehste. Wenn man weiß, was auf einen zukommt, ist es auf einmal gar nicht mehr so schlimm. Kriege ich hier noch was Schönes? Oh. Also. Danke. Daher kriege ich meine schöne Sache. Habe ich wenigstens... Kann ich noch eine Sekunde länger Mario begutachten, wie er in den bodenlosen Abgrund fällt. Hahaha. So, was ist das hier jetzt? Ah. Hör auf. Da oben ist doch irgendwas. Ich habe es genau gesehen. Aha. Siehste. Hat es sich gelohnt. Und damit hätte ich wohl Raum Nummer 1 geschafft. Einmal kurz die Blume. Danke. Feder in der Reserve zu haben ist immer gut. Habe ich es geschafft? Wow. So habe ich mir das ehrlich gesagt vorgestellt. Ich wollte es nicht laut aussprechen, weil ich dachte, es geht nicht. Aber er hat es tatsächlich irgendwie hingekriegt. Dass dadurch jetzt diese Fackel brennt. Das ist cool. Was aber auch gleichzeitig bedeutet... Dass ich alle Räume machen muss, bevor ich einen Checkpoint kriege. Das ist aber jetzt ein anderer als vorher. Hm. Ha. Aber in dem anderen war doch eine Dragon Coin. Wie kriege ich die denn dann? Hahaha. Ohne das Level nochmal neu starten zu müssen. Na ja. Begeben wir uns auf die Autoscroll-Reise. Du kannst da mal kurz weg, damit ich mich da umschauen kann. Keine gute Idee. Keine gute Idee. Äh. Hahaha. Diese Random Sprünge, bei denen man sehr leicht abstürzen kann. Ich liebe sie. Nicht. Boop. Will ich vielleicht mal einen Panzer mitnehmen? Ist bestimmt nicht verkehrt. Hey. Typisches Autoscroller-Problem. Man will nicht zu weit hinten sein, aber man darf sich auch nicht zu weit nach vorne begeben. Stirb. Oha. Vielleicht hat er ja mehrere. Man kann ja mehr als fünf Dragon Coins platzieren. Dem Spiel ist es dann egal, welche davon man einsammelt. Gibt sogar ein paar Level in Super Mario World Original, die mehr als fünf Dragon Coins haben. Weil man sonst nicht in einem Run alle einsammeln könnte. Doppelfackeltür. Kriege ich jetzt einen Checkpoint? Das wäre so nice. Come on. Aha. Oh, das ist eigentlich gut gemacht. Ah. Yes. Merci. Dass dann die Röhren auch gleichzeitig noch blockiert sind und man nicht nochmal in die rein kann. Hi. Bist du ein Boss? Ach so. Gar nicht realisiert. Das sieht hier so normal aus und die Musik hat sich nicht geändert. Super Mario. Daher kommt das Super in seinem Namen. Weil er einfach super darin ist, Blöcke nicht zu werfen. Oh, die Zeit. Ja, offensichtlich habe ich es geschafft. Das Level war sehr cool. Jetzt frage ich mich fast, ob ich den anderen Weg nochmal angucken soll. Aber der war schon ziemlich komisch. Und ich habe auch alles. Es gibt keinen Secret Exit. Man kann sich hier wohl den Weg aussuchen, den man nehmen will. Also ich fand das Level cool. Ich fand das wirklich cool. Was haben wir denn als Finale? Unsettling Bastion. Von Gloomia. Was für ein passender Name. 17. Platz. Oh nein. Dunkelheit. Irgendwas funkelt im Hintergrund. Das versteckte Türrätsel Nummer 1. Der Anfang. Das Ende ist der Anfang. Ein solches Rätsel kann nicht gelöst werden von denjenigen, die von Dunkelheit geplagt werden. Das klingt mir irgendwie danach, als müsste ich hier einen Schalter finden. Hoppla. Was habe ich da gerade überlebt, ohne es zu merken? Komm hier. Da komme ich nicht drüber. Sind das Wurfblöcke? Yes. Keine Ahnung, was das für Gegner sind. Sie verhalten sich wie Pokis, aber vermutlich sind es auch Pokis. Oh, vielleicht hätte ich ihn noch gebraucht. Ich zerstöre wieder wahllos alles. Aber eigentlich will ich ja nur einen Lichtschalter. Mehr will ich nicht. Ja, das sind Pokis. Hübsche Pokis. Hier wird mir angezeigt, dass ich den Panzer werfen soll. Mach ich das doch mal. Und gucke mir anschließend an, was ich davon habe. Was sind diese Flamme, die ich da die ganze Zeit vor dem Gesicht habe? Ist das eine Disco-Kugel? Kann ich den Panzer nochmal haben? Und nicht da unten reinwerfen? Ich glaube, das ist wesentlich besser. Halt! Will ich den wieder haben? Ist hier eine Tür? Okay, okay. Das ist so ein Klassiker eigentlich. Nur, ich hätte wirklich gedacht, ich muss vorher noch das Licht anschalten. Jetzt habe ich es zumindest. Es flammt. Ist wirklich gruselig. Ist eine gruselige Flamme. Wie komme ich an diese Münze ran? Wenn ich es der Kugel nur so leicht nachmachen könnte und einfach durch die Wand laufen. Sieht aber nicht danach aus. Ach, das ist ein Lichtschalter. Entschuldigung, Entschuldigung. Da ist eine Tür. Ich war nur am Nachdenken. Ach so, wird das gemacht. Da kommt die Kugel. Und jetzt ist es wieder dunkel. Und ich bin klein. Alles ist schlecht. Alles ist schlecht. Wie komme ich an dem Ding jetzt vorbei? Brauche ich dafür nicht einen Panzer oder sowas? Nein! Oh, Jesus! Keine Zeit zum Nachdenken. Was habe ich eigentlich jetzt alles verloren? Alles. Alles habe ich verloren. Sämtlichen Fortschritt und meine Würde. Hm. Da geht es ja sowieso nirgendwo hin. Und die Ninjis habe ich auch nicht mehr gebraucht. Hallöchen? Hitbox? Hm. Die werde ich bestimmt nochmal vergessen, wenn ich hier noch häufiger durchlaufen muss. Ich habe keinen Plan, was das ist. Warum der Panzerhinweis, wo man den werfen soll, da hinten ist? Keine Ahnung. Keine Idee. Bestimmt mache ich hier was grotesk falsch. Und werde den Preis dafür früher oder später bezahlen müssen. Hm. Ja gut, die Münze will ich ja schon. Aber ich kriege hier nichts zum Werfen. Ich kriege halt einfach nichts. Womit ich an der Statue vorbeikomme. Oder kann man mit dem Licht vielleicht noch mehr sehen? Oder? Ach so. Das ergibt wesentlich mehr Sinn. Ich vertraue den Münzen. Hat sich nur Semi gelohnt. Gibt das her. Will das haben. Flammen. Flammen aus dem Off. Lion. Sind zu viele. Was ist hier? Why, Bro? Also wirklich. Ja, da war die Münze. Aber dass die anderen hier so eine böse Falle sind. Ich habe Angst. Ich habe sehr große Angst. Da ist noch mal eine Tür gewesen. Kommt noch mal so ein Ding? Oder darf ich hier durchlaufen? Puh. Das tut... Oh. Das ist übelst stressig. Ein würdiges Finale. Da kommt sie. Da will ich rein. Grusel-Level-Paarwechsel. Ich habe keine Ahnung, wo die herkommen, die Kugeln. Einmal da hinten, einmal da vorne. Da ist überhaupt kein Rhythmus drin. Habe ich den Rhythmus gerade genannt? Ja. Einmal vorne, einmal hinten. Bin ich denn jetzt gelandet? Irgendwo, wo Licht ist. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Wieso? Bin ich denn jetzt in einem komplett anderen Abschnitt? Weiß keiner so genau, oder? Was ist das? Oh, oh, oh. Oh, interessant. Sehr interessant. Ich bin nur gerade am überlegen, ob das jetzt eine Strafe oder eine Belohnung ist. Dass ich hier bin. Bestimmt komme ich am Checkpoint. Ich hasse diese Mechanik. Wirklich. Es gibt kaum was, was ich mehr hasse. Als diese Plattformen, die nur nach oben geht, solange man auf ihn draufsteht. Jetzt habe ich bestimmt die Münze verpasst. Oder nur ein Pilz. Damit kann ich leben. Aber nicht so lange wie mit Pilz. Ja. Wenn ich nach dem ganzen Gedöns nur beim Checkpoint wieder rauskomme, quasi als Punishment, dann bin ich aber echt sauer. Holy moly. Das ist übrigens heftig. Ja, genau. Fallt alle in den Abgrund. Und ich nicht. Oh, Gott. Nein! Hör jetzt auf! Dämliches Mistvieh. Wieso kommt der Boden nicht näher an mich ran? Why? Ja, ich wollte schon sagen, ich bin selbst schuld, dass ich da vorne gestorben bin, weil die Knochen trocken ist immer anzeigen, wo Gefahren sind. Aber das ist ja... Ist ja gar nicht so. Die sind ja einfach random verstreut. Das ist so hart, ey! Wie hat sich das denn ausgedacht? Weg da! So. Ich will hier nirgendwo runter. In der Mitte war aber eine Münze. Die hätte ich schon gern. Oh, so easy? So easy kann es sein. Vorsicht. Jetzt traue ich mich nirgendwo mehr runter. Vielleicht bei dem Ninji. Ja, wenn der nicht stirbt, dann sterbe ich vielleicht auch nicht. Ist das eine gute Logik? Ah, dankeschön. Was wäre da drüben gewesen? Ach. Alternativer Weg nur. Fetter Pfeil. Ich vertraue überhaupt nichts. Hier soll man rennen. Weil sich die Plattform wahrscheinlich in Stacheln hoch... Das will einen echt drankriegen. Ah, guck hier. Hidden Door Riddle Number Two. Die Toten können diese Welt nicht wirklich verlassen, ohne ihre Seele. Aber zwei sind geblieben, um etwas zu verstecken. Ha. Ist das eine Anspielung auf den Typen hier? Ich frage mich, wie er die Grafik gemacht hat mit diesem Knochen-Trockenschädel. Ist das eine Seele? Vielleicht ist das eine Seele. Für mich ist es ein Orb. Und den will ich haben. Zusammen mit der letzten Drachenmünze. Hier sitzen eine Menge tote Leute. Komm du einfach mal mit. Weißt zwar nicht, inwiefern das von Vorteil ist, aber... Überhaupt nicht. Hm. Das ist blöd. Kann ich ihn noch machen? Vielleicht war das ja der Hinweis. Ha. Ich will das nicht. Ich will gucken, was da oben ist. Die letzte Dragon Coin. Also, komm. Komm jetzt mal hier rüber. Hier gibt's Fressi. Drückt mich das einfach da rein. Geht's noch dreister? Das ist nicht das Ziel? Was hab ich denn da gerade eingesammelt dann? Hä? Auf den Dingern, ey. Oh. Oh, wie süß. Thank you. Ja, ich hab dir deine Seele wieder besorgt. Wow. Das Ende war sehr überraschend und cool. Nur der Mittelteil war mega verwirrend, weil ich auf einmal irgendwo anders war. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es so gedacht ist, dass man stirbt. Deswegen muss ich mir das nochmal anschauen. Diesmal weiche ich der korrekt aus. So, wie es gedacht ist. Und dem weiche ich nicht aus, weil ich nicht weiß, wie. So, was ist hier? Jetzt bin ich einfach hier. Das heißt... Man kann auch den Checkpoint einsammeln und sterben, anstatt die Tür zu finden. Interessant. Aber okay, dann habe ich zumindest nichts verpasst. Darauf kam es mir eigentlich an. Oh, was ist das? Eine Brücke, die nur erscheint, wenn man drüber geht. Eine Geisterbrücke. Diese Welt ist vollständig, wenn ich nicht wieder was übersehen habe. Dann fehlen jetzt nur noch zwei. Ich frage mich, wo die ganzen Exits herkommen sollen. Ich müsste jetzt... Wie viel habe ich jetzt? 98? Vorhin hatte ich noch 96 auf dem Titelbildschirm. Und es sind nur noch zwei Welten übrig. Von 152 insgesamt. Die habe ich noch nicht gemacht. Die Weltraumwelt. Weltraumwelt. Und hier gibt es den blauen Schalterpalast. Yes. Da mache ich mich als erstes hinauf. Sehr schön, wie die Sternbilder eingebearbeitet sind da hinten. Grassy Heights. Warflare. 29. Platz. Klingt gut. Obwohl Grassy Heights eigentlich total standardmäßig klingt. Aha. Layer 2 Shenanigans. Aber das ist witzig. Ich habe so ein ganz... Ich habe so ein ganz ähnliches Level gebaut in Mario Maker. Allerdings habe ich es nicht hochgeladen. Naja, was heißt ähnliches Level? Ein ähnliches Hindernis. Ich weiß ja nicht, wie der Rest von dem hier aussieht. Also auch so mit Munchern und einer Plattform, die auf und ab geht. Das ist sehr knapp hier. So soll man das wohl nicht machen. Hahaha. Ich weiß nicht, wie man das machen soll. Erstes Hindernis und ich check's nicht. Klasse. Klasse Anfang. Mhm. Jetzt traue ich mich überhaupt nicht mehr zu gehen. Weil ich ja nie weiß, ob ich das richtige Timing habe. Vielleicht kann er mich mit dieser Münze etwas ruhig stellen. Kann man da rein? Hm. Die einzige Röhre im gesamten Level. Hoppla. Aha. Diesmal hat's gepasst. Siehste, so soll das sein. Okay. Warum nicht? Warum nicht ne random Röhre? Hm. Hepp. Oh, das Level fühlt sich wirklich sehr Nintendo-like an. Wie das hier mit den Plattformen aufgebaut ist. Noch ne Münze direkt. Was knattert da? Mir gefällt nicht dieses Knattern. Komm ich da wirklich nicht hoch? Wie mach ich das dann? Vielleicht mit der Feder. Vorausgesetzt, die Muncher kriegen mich nicht. Schon wieder. Hui. Kann man so nicht auch das ganze Level überfliegen? Mach ich jetzt mal nicht. Immerhin ist es ein bisschen einfacher. Mit dem Cape. Halt, das funktioniert nicht. Ja, grad noch. Grad noch gesehen, dass es Rexe sind. Das ist echt lustig. Der Panzer hilft mir hier gar nicht so viel. Deswegen schmeiß ich ihn weg. Ich will Spinjumps machen können. In der Not. Au. Sie sind da so eng. Mancher Unsägen. Ich glaub, jetzt weiß ich, was das Problem war. Auch schon im ersten Levelteil. Da oben ist ne unsichtbare Decke. Da stößt man sich an, wenn man nicht aufpasst. Man kann nicht oben aus dem Bildschirm rausspringen. Mhm. Und da ist auch schon die letzte Münze. Ey, die Muncher. Die haben es wirklich auf mich abgesehen. Ist das etwa schon das Ziel? Es fühlt sich so zielig an. Tatsache. Hm. Hm. Ich mein, das war sehr grundsolide, das Level. Kann man sich nicht beschweren. Hat Spaß gemacht. Okidoki. Auf zum Palast. Ist das schon der letzte? Ich glaub, es ist der letzte. Ah. Entspannungsmusik. Ein blauer Yoshi passend dazu. Gratis oben drauf. Da fall ich durch, oder? Das sind solche Dinger. Was ist das? Äh. Okay. Hier muss ich groß sein. Und. P-Switch aktivieren. Groß könnte ich durch die Blume werden. P-Switch hab ich hier zur Verfügung. Hm. Oh. Stimmt. Das funktioniert nicht in Mario World. Dafür ist vermutlich der Yoshi da. Machen wir es doch mal mit dem. Oh. Der blaue Schalterpalast passt perfekt in diese Welt. Hui. Danke. Diesmal ist es gut, dass es mich aufhält. Und wegdrückt. Bin gespannt, was hier passiert. Nichts, was mir bei irgendwas behilflich sein könnte. Bin auch ein bisschen überrascht, dass der den Pilz gefressen hat, ehrlich gesagt. War das so gedacht? Hahaha. Sei mal nicht so hungrig, Yoshi. Oh nein. Wenn der den nicht fressen würde. Dann hätte ich es doch eigentlich schon, oder nicht? Ha. Er muss sie tatsächlich nicht fressen. Jetzt bin ich mal gespannt, was mich aufhält. Vielleicht der Timer. Äh. Nein. Ich bin durch. Und das ist normalerweise immer das Ende. Ah, cool. Das wusste ich nicht. Wenn man einen Stern hat und wirft den Block weg, dann geht er automatisch kaputt. Da könnte man sich jetzt ein Leben holen, auf die Art und Weise. Kriege ich das hin? Jibbi. Also das Rätsel war komisch. Ich habe das Gefühl, ich habe da irgendwas nicht richtig gemacht. Wie so oft. Ah. Die haben das doch rausgepatcht, ey. I spy with my little eye a fat Italian guy. Spoiler, es ist Mario. Ja. Dafür sollte man die Leute wirklich bezahlen, für diese herrlichen Schalterpalast-Texte. Na gut, dann gucken wir mal noch in ein Level rein. Oder? Forestal Elevation. So wäre das ausgesprochen. Ah. Ja, so ein Waldthema mit leichten Weltraumbezügen. Wegen den Wolken halt. Oh. Ich habe die irgendwie anders eingeschätzt. Hallöchen. Trampolin-Pilze. Sehen ein bisschen komisch aus, erfüllen aber ihren Zweck. Kann man da durchspringen? Durch das Ding da oben? Okay. Also kein Hindernis. Wolltet ihr auch schon mal immer den schlechtesten Sprung auf der Welt sehen? Da war er. Theoretisch, wenn das Trampoline sind, dann müsste man da auch eins rausgreifen können, oder? Wenn das Trampoline sind, die nebeneinander stehen. Ich würde gerne wissen, wie das dann aussieht. Bup. Heppa. Geht doch. War gar nicht so schlimm. Wie witzig das einfach. Vielleicht sind da auch wirklich Trampoline und die Vorder-, die Pilz-Grafik verdeckt das nur. Ich schaffe es nicht, eins da rauszugreifen. Mhm. Ach, das ist keiner? Der hat doch genau die gleiche Farbe, oder nicht? Muss man das jetzt hier mit der Säge machen, oder? Ach, nee. Der Rand funktioniert nicht. Der Rand ist nicht bespringbar. Haha, wie knapp. Fast hätte er ne zweite Po-Ritze bekommen. Ach, sehr schön. Hier irgendwas versteckt? Drei Münzen am Checkpoint. Da fühle ich mich direkt wohl. Kein Autoscroller. Ich wusste nicht, ob es ein Autoscroller ist oder ob sich die Plattform bewegt. zack, durch die Koopas. Ja, mit der hätte man es auch machen können. Okidoki. Okidoki. War ich mal wieder zu voreilig. Was hat mich jetzt getroffen? Der Koopa oder die Säge? Ah, das ist ein lustiges Level. Und schon wieder Sägen. Die haben echt einen Auftritt heute. Können sie stolz drauf sein. Wie das einfach nie funktioniert. Ich werde aber auch nicht müde, es immer weiter zu probieren. Irgendeines Tages funktioniert es. Was ist denn das für eine Münze? Kommt da noch was hoch? Hm, natürlich. Schön. Eins. Schönes Level. Und damit werde ich diesen Part, denke ich, auch beenden. Ich bin sehr gespannt, was hier noch kommt. Ich denke mal, dass je weiter man in dieser Welt voranschreitet, desto abgespaceder werden die Level, weil man dann später noch in den Weltraum hochgeht. Das wird sicher cool. Ich freue mich drauf. Ihr hoffentlich auch. Und bis dahin. Ciao.